Entgegen allen Erwartungen haben die BRICS-Länder bei ihrem Gipfeltreffen keine eigene Goldwährung ins Leben gerufen. Der Dollar-Herausforderer lässt also noch auf sich warten. Was könnte dahinter stecken? Können sich die BRICS-Länder nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen? Warum hat China bereits heute zwei Währungen? Das wollen wir uns gleich einmal genau anschauen. Herzlich willkommen bei Zukunftsstark. Mein Name ist Jens Hansen, ich bin Zukunftsforscher und beschäftige mich mit disruptiver Veränderung. Und nun auf zu der BRICS-Währung. Los geht's! Noch wird die Welt vom Dollar dominiert. Mit viel Abstand folgen Euro, Yen und britisches Pfund. China ist mit dem Yuan auf Platz 5 und Indien mit der Rupie erst auf Platz 15. Wie kam es zu dieser Dominanz des Dollars? Entscheidend war eine Konferenz in Bretton Woods im Juli 1944. Zwei Wochen nach der Landung der Alliierten in der Normandie. Hier trafen sich unter der Führung von USA und England 44 verbündete Nationen. Unter ihnen waren auch alle BRICS-Kernstaaten. Diskutiert wurde nicht weniger als die neue Wirtschaftsordnung nach dem Krieg. Man wollte nicht die gleichen Fehler machen wie nach dem Ersten Weltkrieg. Ein Wettlauf der Währungsabwertung zwischen den Staaten hatte in die große Depression geführt. Dieses Mal sollte die Währungspolitik besser koordiniert werden. Es konkurrierten zwei Konzepte. Der amerikanische Ansatz, der gläubiger Länder bevorzugte und der englische Ansatz, der schuldner Länder bevorzugte. Beides gab die Situation des jeweiligen Landes und seiner Interessen wieder. Genau dieser Konflikt gilt es auch für die BRICS-Staaten im Kopf zu behalten. Doch dazu später mehr. Am Ende könnten sich die Amerikaner mehrheitlich durchsetzen. Der Dollar hat das britische Fund als globale Leitwährung abgelöst und es wurde ein System aus festen Wechselkursen der anderen Währungen zum Dollar etabliert. Dieser konnte zudem von allen Ländern zu einem festen Kurs in Gold getauscht werden. Ein Konzept, das für die USA leicht umsetzbar war. Sie besaßen aufgrund von Kriegsexporten nach Europa doch 70% der damaligen Goldreserven und waren ein Land, das mit großen Handelsüberschüssen war. Das änderte sich in den nächsten Jahrzehnten. Durch den Vietnamkrieg und starken Konsum wurde die Handelsbilanz negativ. Immer mehr Gold floss ab, bis nicht mehr genug zur Deckung des Dollars vorhanden war. Entsprechend kündigte Präsident Nixon 1971 die Goldhinderdeckung auf. Zwei Jahre später gaben viele Länder die Wechselkurse frei, sodass sich diese unabhängig vom Dollar am Markt bilden konnten. Entgegen vielen Einschätzungen hat es jedoch nicht zum Kollaps des Dollars geführt. Stattdessen war dieser auch als ungedeckte Währung erfolgreich. Über die Jahrzehnte hatte sich der Dollar bereits als Leitwährung etabliert und wurde für Handel und als Devisenreserve genutzt. Keine andere Währung wäre damals als Ersatz in Frage gekommen. Wichtig waren noch Absprachen mit Ländern wie Saudi-Arabien, die sich im Austausch für militärische Unterstützung auf einen Handel ihres Öls ausschließlich gegen Dollar eingelassen hatten. Am Ende wurde jegliches Öl in Dollar abgerechnet. Das amerikanische Militär hat das Einhalten der Dollarnotierung für Öl auch aktiv gefördert. Die Ölzahlungen in Dollar hatten auch andere Vorurteile. Aufgrund fehlender Investmentmöglichkeiten im Nahen Osten ist viel Geld in den lukrativen US-Kapitalmarkt zurückgeflossen und hat der Wirtschaft weiter geholfen. Die Dollarnachfrage blieb entsprechend hoch. Es ist quasi die eierlegende Wollmilchsau. Mit China hat sich später ein vergleichbarer Mechanismus ausgebildet. Statt Rohstoffe haben die Chinesen billige Konsumgüter wie Kleidung oder Elektronik in die USA verkauft. Das verdiente Geld der Chinesen ist auch dieses Mal zu großen Teilen in den USA verblieben. Vieles davon floss in amerikanische Staatsanleihen und so ist China zum größten Gläubiger der USA aufgestiegen. Mit diesem Trick konnten die Chinesen ihre Währung trotz wirtschaftlichen Erfolges unnatürlich niedrig halten und ihre Waren weiterhin zu günstigen Preisen in der ganzen Welt anbieten. Eine Win-Win-Situation also. Der Dollar funktionierte. Was bewog die BRICS nun über eine eigene Währung nachzudenken? Ein einschneidendes Ereignis war die Finanzkrise 2008 und das Beben, das durch die amerikanische Bankenlandschaft zog. Das Urvertrauen in das US-basierte Finanzsystem wurde damals erschüttert. Seitdem sind die Probleme größer geworden. Das US-Handelsdefizit ist noch weiter gestiegen, ebenso die Verschuldung. Diese liegt nun bei 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Es scheint keine Umkehr möglich und immer weniger Länder sind bereit diese Defizite weiter zu finanzieren. Mit der Wahl von Xi Jinping in 2013 zum Staatspräsidenten hat in China ein grundsätzliches Umdenken stattgefunden. Das Land reduziert seitdem stetig seine Dollar-Position. Die Chinesen haben verstanden, dass die Idee Something for Nothing, also Güter gegen Papier, Geld, langfristig kein guter Deal ist. Stattdessen setzen die Chinesen ihre Erträge aus dem Warenhandel nun für Investitionsprojekte weltweit oder den Aufbau von Goldreserven ein. Kritik gab es zudem an den US-dominierten Organisationen Weltbank und Währungsfonds. Länder mit hoher Verschuldung wurden hier mit strengen Anforderungen geknebelt. Dies bekam auch Argentinien zu spüren, die nicht aus der Inflationsspirale herausgekommen sind. Kredite wurden hier sogar an Verbote des Handels von Kryptowährungen im eigenen Land geknüpft. Das geht schon ganz schön weit. Die BRIC-Staaten hatten den Institutionen 2012 als Gegenleistung für Reformen eine Bürgschaft von 75 Milliarden Dollar angeboten. Doch diese haben abgelehnt und so hat Indien vorgeschlagen, eigene Organisationen zu gründen. Die Sanktionen gegen Russland inklusive Ausschluss aus dem Zahlungsnetzwerk SWIFT war ein weiterer entscheidender Punkt. Es hat allen vor Augen geführt, wie abhängig sie geworden sind. Seit dem Vorschlag Indiens in 2012 sind die BRIC-Staaten einige Schritte weitergekommen. 2014 wurde die New Development Bank mit Sitz in China gegründet. Hierüber sollen Infrastrukturprojekte finanziert werden. Gleichzeitig wurde das Contingent Reserve Arrangement ins Leben gerufen. Mit diesem sollen Staaten in Finanzschwierigkeiten kurzfristig unterstützt werden können. Insgesamt wurden 100 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. China ist der größte Geldgeber und erhält damit die meisten Stimmrechte bei Entscheidungen. Die BRICs schaffen damit Parallelstrukturen zu Weltbank und Währungsfonds. Russland und China haben zudem die Reduzierung ihrer Devisenreserven in Dollar fortgesetzt. Stattdessen wird der Goldbestand hochgefahren. Es gibt sogar Spekulationen um einen Schattengoldbestand, der von den Ländern nicht ausgewiesen wird. Der Wert könnte also höher sein, als den offiziellen Zahlen zu entnehmen ist. Der Bodenrichtung eigener Währung wäre also bereitet. Doch statt voranzuschreiten, ist beim BRICS-Treffen dieses Jahr in dieser Richtung nichts passiert. Vielleicht liegt das Zögern auch daran, dass die Einführung einer Währung nicht so einfach ist und gleichzeitig die Interessen innerhalb der BRICS-Staaten sehr unterschiedlich sind. Vergleicht man es mit der Einführung des Euros hat dieses über 25 Jahre gedauert und einen langen Anpassungsprozess der Volkswirtschaften nach sich gezogen. Doch von einer so tiefen Integration und dem Ersetzen der Lokalwährung ist bei den BRICS nicht auszugehen. Viel zu groß ist die Angst der Länder, ihre Autonomie zu verlieren. Bis auf Südafrika verfügt keine der ursprünglichen BRICS-Länder über eine frei konvertierbare Währung, also eine Währung, die zu jeder Zeit und in jeder Menge getauscht werden kann. Indien hat die Konvertierung mengenabhängig begrenzt. Geldflüsse über einen bestimmten Betrag hinweg müssen vom Staat genehmigt werden. Gleichzeitig fallen für Geldtransfers versteckte Gebühren an, die bis zu 10% betragen können. In Brasilien müssen sogar alle Transaktionen genehmigt werden. In Russland wurde im Zug des Ukraine-Krieges Kapitalverkehrskontrollen verhängt. So konnte eine Rubel-Flucht verhindert werden. Besonders spannend ist die Situation in China. Hier gibt es quasi zwei Währungen. Einmal den Offshore-Renminbi CNH und den Onshore-Renminbi CNY. Der Offshore-Renminbi ist global freihandelbar. Möchte man ihn innerhalb von China nutzen, muss er jedoch eins zu eins in Onshore-Renminbi konvertiert werden. So gelingt China der Spagat, auf den ersten Blick eine freihandelbare Währung zu haben und diese gleichzeitig stark zu reglementieren. Ohne dieses hybride Währungskonzept wäre der angeschlagene Immobilienmarkt in China bereits ähnlich kollabiert, wie dies 1990 in Japan der Fall gewesen wäre. Hier hatten internationale Investoren ihre Gelder abgezogen und der Markt ist innerhalb von wenigen Jahren über 80% gefallen. So etwas kann in China nicht so leicht passieren. Von freien Währungen sind die BRICS-Länder also weit entfernt. Von daher wird eher von der Einführung einer parallelen Handelswährung ausgegangen. Vielleicht ist das Renminbi-Konzept Chinas dabei ein Vorbild. Trotzdem gibt es weiterhin viel abzustimmen. Ähnlich wie in den Zeiten Bretton Woods im Jahre 1944 stehen sich nun zwei verschiedene Gruppen an Ländern gegenüber, die mit hohen Handelsbilanz gewinnen wie China und solche, die eine Negativbilanz haben, weil sie viele Waren importieren müssen, wie zum Beispiel Indien. Sollte es wirklich zu einer Golddeckung der Währung à la Bretton Woods kommen, würden China, Russland sowie die anderen Erdölstaaten wahrscheinlich über die Zeit alle Goldreserven der Welt wie ein Schwamm aufsaugen, bis auch dieses System irgendwann bricht. Ist das für Länder wie Indien interessant? Wahrscheinlich nicht. Es bleibt also abzuwarten, mit welchem Konzept die BRICS an den Start gehen. Oder ob es genauso wie bei den Asiern plus drei abläuft. Hier haben sich die ostasiatischen Tigerstaaten mit Japan, China und Südkorea zusammengetan. Angedacht war auch hier eine eigene Währung. Doch diese Vision ist schnell an den verschiedenen Interessen gescheitert. Ganz gleich, welches Konzept die BRICS anstreben, es ist nicht trivial, eine gemeinsame Währung umzusetzen. Insbesondere dann, wenn die Interessen der Länder so unterschiedlich sind und es teils an Vertrauen fehlt. Ein gemeinsamer Gegner mag zwar motivieren, doch langfristig reicht das nicht aus. Die BRICS haben also noch einen langen Weg zu gehen. Ihre Version kann am Ende viel Potenzial freisetzen. Gleichzeitig scheint die letzte Stunde des Dollars noch nicht geschlagen zu haben, auch wenn die Luft stetig dünner wird. Statt eines Währungskampfs mit dem Ziel eines einzigen Siegers erscheint es mir jedoch wichtiger, die bestehende Ordnung zu reformieren, statt parallel Strukturen aufzubauen. So kann die Dollar-Dominanz langsam abgeschmolzen und anderen Währungsräumen mehr Mitsprache ermöglicht werden. Sollte es doch zum großen Konflikt kommen, könnten wir schnell alle als große Verlierer darstellen. Ein spontaner Dollar-Kollaps würde auch das Bankensystem weltweit zu Fall bringen. Im Nachgang wären zudem die fein austarierten globalen Lieferketten monatelang gestört. Es kann also kein Szenario sein, über das man sich freuen sollte. Alternativ könnte daran gearbeitet werden, das Weltgeldsystem generell neu aufzustellen und dezentral zu organisieren. Mit einem Ansatz, der keinem Teilnehmer die volle Kontrolle gibt und wo eine Zusammenarbeit auch ohne Vertrauen in andere Parteien funktioniert. Die Blockchain-Technologie hat hier bereits ihr spannendes Potenzial gezeigt. Was denkt ihr? Teilt ihr meine Analysen? Wie sollten wir auf eine BRICS-Währung reagieren? Bietet die Blockchain eine Alternative? Schreibt eure Sichtweise gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Euer Jens. Tschau!